Zum Friseur. Unsere Haare frisieren lassen. Guten Tag, ich möchte meine Haare schneiden lassen. Sind sie frei jetzt? Guten Tag, sicher. Nimm Platz. Erstens werde ich dich kämmen, weil du lange Haare hast und es sich leicht verwehrt. Wie willst du, dass ich sie schneide? Nur ein paar Zentimeter, nicht viel. Ich will sie wachsen lassen. Sehr gut. Ich will auch, dass sie mir Banken schneiden, bitte. Sicher, wie du wünschst. 20 Minuten später. Du bist fertig. Schau dich in der Spiegel an. Es gefällt mir gut. Danke. Wie viel muss ich Ihnen bezahlen? 10 Euro. Auf Wiedersehen. Ich warte auf dich wieder auf. Bitte führen Sie die folgenden Übungen durch, um besser diesen Dialog zu verstehen und die neuen Wörter und Phrasen auswendig zu lernen und ihre Deutschkenntnisse zu üben. A. Lesen Sie das Gespräch laut. B. Konjugieren Sie das Verb Bezahlen im Indikativ Präsens. 8建 томet. 8-Bid. 9-Bid. 11-Bi. 11-Bid. Vielen Dank.